Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen, Neuwege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de. Und mit mir hier leider nicht im Studio, sondern aus der Ferne zugeschaltet ist Dimitar Mitev, der für uns unter anderem für Hardware-Themen schreibt, aber gerade an einem ganz anderen Thema sitzt. Nämlich bei dir ist es jetzt gerade Solar, ne? Genau. Ich schreibe ein bisschen was über Solar. Das sollte demnächst auch auskommen. Ich habe auch schon bei euch einen Artikel abgesetzt über Solar. Demnächst, wir wissen nicht, wann der Podcast ausgeschaltet. Kann sein, dass dieser Artikel schon raus ist. Wir verlinken natürlich in den Shownotes. Heute geht es nicht um Sonnenenergie, also eigentlich gar nicht, obwohl man könnte darauf hingehen, wenn man sagen würde, die ganze Energie, die die Dinge verbrauchen, über die wir heute reden, nämlich professionelle GPUs. Erst mal die erste Frage, nennt man die dann eigentlich überhaupt noch GPUs? Ja, sie sind im klassischen Sinne tatsächlich GPUs und man könnte sie heute grafische Adapter im Datacenter benennen, aber eigentlich sind das noch klassische GPUs. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Wenn die Karten, die professionell noch einen Ausgang hätten, könntest du theoretisch tatsächlich einen Monitor dran anhängen und würdest ein Bild bekommen. Die sind natürlich aber für ganz andere Zwecke gedacht. Kurzer Disclaimer, oft wird in diesem Podcast heute das Wort Nvidia fallen. Daran gehe ich mal aus. Das ist richtig. Bevor wir dazu kommen, erst mal zu dir. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesen Profi-GPUs und diesen Rechenzentren zu beschäftigen? Das ist tatsächlich einfach so entstanden. Also ich bin, ich habe Physik studiert, habe danach umgesattelt auf Ingenieursinformatik und habe angefangen 2009 für ein Forschungszentrum bei der Leibniz-Uni Hannover zu arbeiten. Dort klassisch als Systemadministrator. Habe dann irgendwann die Leitung übernommen 2011, 2012. Und so ab 2012 wurde es dann interessant mit GPUs als Adapter für, heutzutage sagen wir, künstliche Intelligenz. Damals, oder es ist immer noch Deep Learning und Machine Learning. Und ja, dann durch die Publikation wurde das für uns natürlich auch interessant. Und wir mussten eine Hardwarebasis aufsetzen. Und wie du schon richtig sagst, wir kommen nicht um Nvidia herum. Da ist Nvidia tatsächlich wahr und ist einfach Marktführer. Und da sind wir natürlich erst mal mit Grafikkarten angefangen, also normale PC-Express-Grafikkarten. Und später mit den Digi-Ex-Plattformen. Das heißt, die größte Grafikkarte der Welt, wie Nvidia das immer gerne macht, wenn Jensen Huang diese Platine mit den acht GPUs präsentiert, ab und zu von seiner Küche aus, die er sozusagen aus dem Ofen rausholt, als wäre die da drin gebacken. So ganz falsch ist es nicht, aber er hat sie nicht bei sich zu Hause gebacken. Und ja, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr rapide Entwicklung gewesen. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Aber... Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da können wir eigentlich gleich einsetzen. Du sagst, ihr habt angefangen mit regulären Grafikkarten, die man auch im Laden hätte kaufen können. Es gab ja immer, meiner Meinung nach, also meine ersten Erfahrungen mit solchen, mit den Grafikkarten als Beschleuniger, abseits von 3D- und Spiele-Grafik, waren diese GPUs, die speziell für Workstations zum Rendering und Videobearbeitung und so, die extrem teuer damals, aber eben speziell zertifiziert, spezielle Software, spezielle Treiber, die dann angepasst waren auf die jeweilige Schnittsoftware und so weiter. Aber solche waren das gar nicht, sondern es waren reguläre 3D-Beschleuniger, die ihr benutzt habt am Anfang, ja? Ja, korrekt. In der Wissenschaft und in der Forschung ist es auch ein bisschen anders. Da ist immer dieser Spieltrieb, sage ich mal, mit dabei. Das heißt, irgendjemand liest ein Paper, findet das interessant und will die Resultate verifizieren. So, daher kommt auch diese unglaubliche Bindung im Forschungsbereich an Nvidia, weil man ist de facto gezwungen, eine ähnliche Hardware zu benutzen, um vergleichbare Resultate zu bekommen. In dem Fall sogar besonders schwierig, was anderes zu benutzen, weil einfach niemand so früh da vorgedacht hat, dass man tatsächlich Grafikkarten, die ja eigentlich für Matrizenberechnungen hauptsächlich und für Dreiecke berechnen, auf gut Deutsch, gedacht waren, später als Rechenwerke benutzen kann. Sie haben ja durch diese Shader-Course, haben sie ja ein paar tausend Shader, die sozusagen parallel einfach das abarbeiten können. Und Nvidia war sehr, sehr clever und hat das schon 2006 angeschoben mit CUDA. Und damit war praktisch der Grundstein dafür gelegt, dass man in der Forschung, in der Wissenschaft und später auch in der Anwendung von verschiedenen Bereichen, die GPUs tatsächlich nicht nur zum Zocken benutzen kann, also zum Gaming, sondern auch tatsächlich, um sehr große Lasten abzuarbeiten. Also so ein klassischer, klassischer CPU arbeitet halt sequenziell, man muss einfach darauf warten, dass praktisch eine Berechnung fertig ist, dann kommt die nächste. Bei den GPUs ist es so, das wird massiv parallel abgearbeitet. Und das ist auch der große Vorteil. Das hat auch nicht, es ist auch nicht so gewesen, dass 2006 jeder gesagt hat, oh wow, Nvidia hat da so ein Framework, wir springen alle drauf, sondern die Leute haben es zur Kenntnis genommen. Wir haben damals noch nicht damit gearbeitet. Ich bin ja auch fairerweise 2009 zum Forschungszentrum gekommen. Aber so ab 2011, 2012, da gab es dieses ImageNet, wo zum ersten Mal praktisch massiv Bilder verglichen und getestet wurden. Einfach, wie ist die Fehlerquote? Damals war die Fehlerquote um 29%, also wenn man die Deep Learning und KI-Algorithmen hat drauf laufen lassen. Zum Vergleich, ein Mensch hat ungefähr 5% Fehlerquote. Und der Wunsch war, ja. Da muss ich auch nochmal kurz einhaken, nur zum Verständnis, da ging es um Bilderkennung. Ganz genau. Weil wir heute sind wir natürlich acht Schritte weiter und bauen die Bilder, aber damals war es erstmal nur, ist das eine Katze und dann ja oder nein. Absolut, genau so ist es. Und damals ging es einfach darum, wir kennen nicht ein Bild. Was ist es auf dem Bild? Und fairerweise muss man auch sagen, parallel lief ja die Entwicklung von Big Data. Und um massiv solche Modelle trainieren zu können, braucht man Unmengen an Daten. Sagen wir vielleicht bei Bilder war das gerade an der Mache, durch verschiedene Dienste und durch die Privatnachstellung, dass jeder eine Digitalkammer hatte und einfach Bilder hochgeladen hat. Aber bei allen anderen Daten war es sehr schwierig. Da war es sehr, sehr schwer, an vorsortierten Daten zu kommen. Da hat Google sehr viel Gutes in der Richtung gemacht mit TensorFlow, indem es halt erlaubt hat, tatsächlich Daten vorzusortieren und die später zu benutzen, um Modelle zu trainieren. Nun gut, aber 2011, 2012 ging es so richtig los. Nvidia hatte das ja vorgedacht, einfach mit CUDA. Und immer mehr Wissenschaftler in dem Bereich, auch in den USA, China, sind auf den Zug aufgesprungen und haben angefangen, nachdem, das muss ich noch dazu sagen, nachdem mit zwei Nvidia-Grafikkarten tatsächlich der Contest, das war ein Contest, also wer erkennt am besten diese Bilder, es geschafft hat, tatsächlich die Fehlerquote auf 15,8% zu senken, was ein Riesensprung war. Und da hat man schon gesehen, gut, wenn man das irgendwie macht, macht man das mit dem Framework und mit der Hardware. Und Nvidia hat tatsächlich 2016 eine sehr, sehr gute GPU ausgebracht. Das war die 10er-Serie, die bekannte oder berühmte 1080 Ti, wo Gamer heutzutage immer noch behaupten, mit der kannst du alles spielen, was du möchtest, also ohne Raytracing. Aber trotzdem läuft das mit annehmbaren Framerates. Und das war tatsächlich eine sehr gute GPU. Das war auch die GPU, die wir tatsächlich eingebaut haben. Viele Hardware-Hersteller haben das ein bisschen verschlafen. Also wir hatten ein, wir haben ein System von HP, Server-Gabber, und da passen die Karten sozusagen nicht rein, weil allein von einem Stromverbrauch, wenn du so eine Grafikkarte, du brauchst 250 damals, inzwischen über 500, 600 Watt, die kannst du nicht einfach so reintun. Und Supermicro war da sehr, sehr früh mit dabei und hat tatsächlich auf eine Höheneinheit vier Anbindungen von vier Karten angeboten, gleich auch mit irgendwelchen riesigen Netzteilen von zwei Kilowatt. Und das hat tatsächlich für wenig Geld es Forschern erlaubt, einfach reinzugucken und tatsächlich zu publizieren in den Bereich, weil man einfach verschiedene Resultate ihrer Kollegen direkt nachvollziehen konnte und gegenprüfen konnte. Du sagst wenig Geld, also um das ins Verhältnis zu setzen. Genau, nur um es ins Verhältnis zu setzen. Wir kommen ja gleich noch zu den ganz großen Summen. Aber ein richtiger Supercomputer, den man sich dann maßschneidern lässt oder irgendwas, ist um Größenordnungen teurer als das, was du gerade beschreibst, was ihr dann da machen konntet mit Standard-Hardware von der Stange aus dem Laden, irgendwas. Also das macht natürlich, dass ganz viele Leute auf der ganzen Welt plötzlich in ihren Laboren eben, wie du sagst, was nachstellen konnten, nachprüfen konnten und selber forschen konnten mit verhältnismäßig wenig Kapital im Hintergrund. Ganz genau. Das ist schon auch wirklich bedeutsam gewesen. Absolut richtig. Ich denke, Nvidia hat das auch vorgedacht. Also dieser Sprung in der Leistung, in der 10er-Serie. Natürlich ist es Serie X, 10, klar, man muss was abliefern. Aber die haben das auch vorgedacht. Und die haben gesagt, wenn wir sozusagen den Leuten das anbieten und das zeigen, dann sehen sie, wie viel Potenzial da drin steckt. Und alles, viel ist Hardware, aber auch sehr, sehr viel ist einfach nur Software. Das heißt, dass man Aufgaben auf der GPU abarbeiten lässt, das wiederholbar macht, nachprüfbar macht. Das ist extrem wichtig. Im wissenschaftlichen Bereich, man sieht aber auch eine andere Seite von der ganzen GPU-Rechner und das waren damals ja die Kryptowährungen. Es gab ja 2016, 2017 eine Welle sozusagen. Bitcoin hat dann zum ersten Mal, glaube ich, das war 500 Euro und es ist dann irgendwie auf 25.000 Euro, wie es halt bei den Kryptowährungen ist, also Boom and Bust, ist es angestiegen. Und dann hat man tatsächlich GPUs benutzt, um diese Algorithmen durchlaufen zu lassen. Optimalerweise würde man das auf ein ASIC machen, das ist praktisch eine vorgegossene Hardware, aber wer macht das schon? Und das gab es im ersten Schritt nicht und jeder hat sich sozusagen dann, der in dem Bereich unterwegs war, ein paar Karten gekauft, eine Rig gebaut und dann angefangen rumzurechnen. Und das hat einen Riesenschub auch bei den Verkaufszahlen von Nvidia gebracht. Eben mit der Kombination von CUDA. Es ist ja nicht so, dass AMD da keine Lösungen angebracht hätte, aber einfach durch diese Bindung an CUDA und durch diese jahrelange Forschung im Bereich, wie arbeite ich Code auf einer GPU ab, hatten die den absoluten Vorteil. Ich kann mich auch damals erinnern, da waren die Grafikkarten mal, waren sie knapp, waren sie ausverkauft, dann gab es solche Storys, dass Leute aus China direkt die aus den LKWs rausgekauft haben. Also alles, was man sich vorstellt, so ein bisschen Wild Wild West in dem Bereich. Aber für uns war es halt wichtig, dass wir erstmal günstig forschen konnten. Und im öffentlichen Bereich ist es tatsächlich immer so, du musst die drei Angebote machen. Das heißt, wenn du irgendwas finanzieren willst, da gibt es bestimmte Grenzen, 25.000, 50.000, wie man ausschreibt. Und die möchtest du natürlich, vielleicht nicht umschiffen, aber die möchtest du nicht sofort treffen, also diese Grenzen, um einfach schnell an Resultate zu kommen, weil da gilt es auch First Come, First Serve. Das bedeutet, wenn du ein Paper da in dem Bereich auf einer wichtigen Konferenz publizierst, dann machst du auf dich aufmerksam, bekommst mehr Cetations und dein Institut wird bekannter in dem Bereich. Das war 2016. Dann haben wir, glaube ich, 2017 zum ersten Mal für ein Forschungsprojekt vom Bund finanziert die erste teure Maschine gekauft. Das war eine HGX-V100. Die HGX steht, das ist eine kleine Abwandlung von der DGX. Und die steht für, wenn Supermicro oder ein anderer Partner sozusagen die Technologie anwenden darf auf ihre Server. Mehr oder weniger waren das einfach zwei GPU-Server mit jeweils acht GPUs. Das ist eine SGX-Bauweise, das heißt, die sind wie Chips praktisch auf der Platine aufgelötet. Und das Ding war wahnsinnig leistungsfähig. Ich sehe gerade, bis zu 1,3 Terabyte Grafikspeichern. Ja, ja, das ist also, das Ding kostet auch locker 300.000, 400.000 Euro. Also das muss man so jetzt als Investition. Da hat Nvidia dann aber schon Angebote gehabt, die sich spezifisch nochmal eine ganze Ebene über den bewegten, die ich am Anfang jetzt erwähnt habe, ne, Grafikkarten für Workstations, für Leute wie ich, die irgendwas mit Video machen, irgendwas mit Medien machen. Sondern da ging es dann schon darum, okay, die Dinger sind spezifisch Angebote einerseits für die Wissenschaft, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Denn die hatte ja auch Anwendungszwecke für genau solche großen, leistungsfähigen, parallelrechnenden Rechner. Also sie haben gesehen, okay, das wird die Zukunft wahrscheinlich sein und sind die Wette eingegangen. Und ihr habt praktisch dann auch umgerüstet. Wir haben es mehr oder weniger wie andere Forschungszentren auf der Welt, die sich mit KI beschäftigt haben, gemacht. Also man liest die Papers und da sieht man die Hardware. Es muss immer unten beschrieben werden, worauf das geprüft, getestet und gelaufen ist. Stehen auch die Computerhours etc. etc. Und das haben praktisch alle auf der Welt gemacht, die sich damit beschäftigt haben. Eben einfach an Mangel von Alternativen. Dazu muss man noch sagen, alles läuft oder lief auf Linux-Basis. Eben weil man sehr viel freier ist bei der Anpassung von einem Code, Debugging etc. etc. Und ja, also die ersten Server, die wir gekauft haben, das waren auch gleich ein paar Server. Ich glaube, die erste Charge war zehn Server, die wir dann mit 1080er ausgestattet haben. Ich war ein bisschen damals unglücklich mit der Art und Weise, wie die Packdichte war, weil das natürlich Teile sind, die vier, fünfhundert, damals 250 bis 300 Watt produzieren können. Wir haben immer Undervolting gemacht, das heißt runter mit der Core-Spannung, damit die nicht so viel Abwärme produzieren, weil das einfach nicht dafür gedacht ist, dass du vier Karten in einen 1U-Server einbaust und dann hoffst, dass es überhaupt keine Probleme mit der Kühlung gibt. Und das ist tatsächlich noch ein zusätzliches Problem. Bis dahin war das klassische Geschäft, du hast einen Server, du baust den ein, der ist gut gekühlt, da sind genug Kapazitäten für Stromversorgung, für Lüftung, für Kühlung, für redundante Kühler etc. etc. Indem man GPUs eingebaut hat, hat sich das komplett geändert. Das heißt, wie viel Server kannst du überhaupt in einen Break einbauen, wie ist der Abstand, wie muss deine Kühlung sein. Ich kann mich erinnern, damals wo wir das regionale Rechenzentrum, was ja zufällig auch in Hannover ist, gefragt haben, ob die für uns, die machen auch Hosting, logischerweise, für Institute eben, die keinen Serverraum zur Verfügung stehen haben und einfach nicht die Kühlmöglichkeiten haben, bieten die das an. Und ich kann mich erinnern, wo wir da gefragt haben, ja, können wir mal kurz so 10 Server mit, ich weiß nicht, wie viel Kilowatt bei euch hausen, hier ist es gleich, geh weg. Einfach, weil die gesagt haben, okay, mit dem Strombedarf, mit dem, mit der Kühl, mit dem, was ihr da wollt, das können die gar nicht abbieten. Das können die gar nicht abbieten. Und die wollen auch nicht rumlaufen und dann, wenn irgendwas passiert, dann Knöpfchen drücken, weil das obliegt dann sozusagen in ihrem Bereich. Und ja, das war sehr interessant in dem Forschungsumfeld, weil sehr viele Leute tatsächlich auch die ersten Schritte gemacht haben in dem Bereich. Das sind zwar alles PhD-Studenten und Postdocs und die haben Erfahrung, aber eben bei der Aufteilung von den großen Daten, das heißt die typischen Big Data, die du dann mit irgendwelchen Picscripts auseinanderflückst und mit Tools von verschiedenen Herstellern, meistens Python-basiert, bis zu tatsächlich, ich trainiere ein Modell. Das ist ein riesen Schritt. Also man erlebt das heutzutage, weil es so schnell in das Bewusstsein des Mainstreams gekommen ist. Ah ja, jetzt haben wir hier künstliche Intelligenz und das ist, in einem Jahr haben sie das Modell trainiert. Aber da liegen Jahrzehnte an Forschung, an theoretischer Forschung, an Vorbereitung, an Daten. Wie schon gesagt, erst seit 2011, 2012 haben wir die Daten, um überhaupt Systeme zu trainieren. Und jetzt ist es einfach tatsächlich dieser große Schritt passiert, wo man tatsächlich mit einem Schritt, nicht bisher zehn Zentimeter so forschungsmäßig, der so einen ganzen Meter gegangen ist. Und da haben wir gesagt, wow, was für Möglichkeiten. Obwohl nach den ersten Modellen dieses ImageNet, wo man gesagt hat, man kann tatsächlich Bilder auseinanderhalten. Warum kann man das zum Beispiel bei der Produktion nicht einsetzen, wenn defekte Teile sind? Natürlich kann man das auch machen. Und da sind einfach diese Palette an Möglichkeiten sofort jedem klar geworden. Und Jensen Wang wusste das schon früher und hat gesagt, wir setzen da jetzt drauf. Und das war eine sehr, sehr gute Wette. Denn seit 2021, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, verdient Nvidia mehr Geld mit Datacenter als mit Gaming. Und eigentlich ist es eine Core-Gaming-Firma. 93 gegründet, 93 Ende des Jahres gab es, wenn ich mich richtig erinnere, Doom raus, passenderweise. Damals mit der NV1. Und niemand hätte gedacht, dass Grafikkarten tatsächlich, also ich hätte es damals nicht gedacht und ich habe es aus 2006 und 2010 nicht gedacht, tatsächlich so einen Impact haben werden. Ich werfe mal ein paar Zahlen rein, die ich aus einem aktuellen Artikel vom Kollegen Daniel Ziegner habe. Zweites Quartal Einnahmen in Höhe von 13,5 Milliarden US-Dollar bei Nvidia. allein 10,3 Milliarden für, also bei den Produkten für Rechenzentren und ein Gewinn von 6 Milliarden. Das Datacenter-Segment im Wachstum von 141 Prozent zum vorherigen Quartal, nicht Jahr, und 171 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Und der Gewinn ist im Vergleich zum zweiten Quartal des letzten Jahres um 843 Prozent angestiegen. Und Schätzungen zufolge liegen die Marge bei Nvidia, bei diesen H100-Chips, was wir ja gerade auch erwähnt hatten, bei bis zu 1.000 Prozent. So, also, ja, wer auch immer, ich weiß gar nicht, die sind an der Börse, ne? Die sind an der Börse. Wer auch immer da, gut, aber das ist auch eine sichere Wette. Das hat man, eigentlich, ich finde, das hat man kommen sehen. Ja, also wer auch immer da in die Aktien des Unternehmens investiert hat, der kann sich wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen mehr Butter auf die Stille schieben als vorher. Aber das ist ja, also, das ist ein Zyklus. Nvidia hatte, bevor es so jetzt extrem abging mit den Rechenzentren, also in dieser Zwischenzeit zwischen der Geschichte, die du erwähnt hast, wo das Mining so ein Riesending war, und dem jetzt aufkommenden, wo, also, KI im Mainstream angekommen, ganz normale Leute auf der Straße wissen inzwischen, was Chat-GPT ist, viele jedenfalls wahrscheinlich. Gibt es natürlich dann, also, wahrscheinlich auch Leute, die mit am Kuchen verdienen wollen. Denn, wie du am Anfang schon gesagt hast, Nvidia hat ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, weil sie von Anfang an dieses Cuda, diese Cuda-Sache hatten. Sie haben halt ein Produkt, das exakt das macht, was gerade irgendwie auch alle wollen. Wo bleibt da zum Beispiel AMD, frage ich mich? Also, AMD hat das tatsächlich verschlafen. Bei AMD muss man sehen, dass es, also, erstmal war es nicht, die Grafiksparte war nicht AMD. Das war ATI damals, nach dem großen Kampf Ende der 90er Jahre, wo der Kuchen verteilt wurde. Im GPU-Bereich sind ja eigentlich nur drei Hashtare übrig geblieben. Zumindest aus meiner Sicht. Und das ist ATI gewesen, Nvidia und Intel. Intel hatte sich auch versucht, hatte aber gemerkt, dass es damals für sie nicht lohnenswert war. Die haben immer ihr Geld im Datacenter und im professionellen Bereich gemacht. Und die sind praktisch übrig geblieben mit diesen integrierten Lösungen, die man immer mit dabei hat bei diesem Büro-Rechner. Jetzt tun sie was dagegen mit ihrer ARC-Infrastruktur oder GPUs in dem Fall. Und die sehen sehr gut aus. Und ich glaube, das wird auch richtig gut funktionieren, weil die tolle Leute haben, super Entwickler, sehr viel Geld im Research stecken. Und das kommt. Aber damals war das noch nicht der Fall. ATI wurde irgendwann von AMD übernommen. Jetzt müsste ich raten. Ich würde sagen, das war 2005, 2006. Und ATI ist so ein bisschen der Underdog. So für Nvidia, wie AMD für Intel war. Und da gab es immer so ein bisschen aus meiner Sicht den Versuch, diese Leistungskrone abzujagen. Das ist denen auch manchmal gelungen für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum mit viel Leistung in der Grafikkarte und Optimierungen etc. Die hatten sehr schlimme, sehr furchtbare, muss man das Wort benutzen, Treiber eine Zeit lang. Das hat sich inzwischen auch alles geändert. Aber sie haben tatsächlich diesen Drang oder diese Bewegung Richtung Deep Learning, Machine Learning, Reinforcement Learning, also alle diese Schlagwörter, die es da gibt, haben sie meiner Meinung nach verschlafen. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall. Egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen, Neuwege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group. Ich wage mal den Zwischenruf. Das klingt so hart. Also ich glaube nicht, dass bei AMD Leute saßen, die nicht kapiert haben, was da passiert. Zumal auch diese Sache, die ich aus meinem Bereich sagen kann, dass wir alle immer NVIDIA-Karten hatten wegen Cuda für das Rendering und so weiter. Das ist also lange klar gewesen, dass da eine Sache existiert, bei der sie eigentlich mitspielen müssten. Aber da AMD mit ARTI und AMD als Konzern sich eben nicht nur auf die Entwicklung von solchen Karten konzentrieren konnten, mussten sie halt wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Gehen wir in die Richtung Massenmarkt und gucken Gaming, bieten preiswertere Karten vielleicht an als NVIDIA, sind so ein bisschen der Underdog und gucken halt, dass wir da einfach ein Standbein bekommen. Und gleichzeitig mussten sie ja auch noch ihre CPUs auf Neuwein, was ihnen ja auch gelungen ist. Und ich glaube, dass da einfach eine Abwägung wahrscheinlich, also das ist halt ein großer Konzern zwar, also wir reden jetzt nicht über eine Bäckerei von nebenan, aber auch die müssen mit den Ressourcen haushalten. Absolut. Und die sind auch nicht so groß wie Intel oder, oder, ne, und können, und im Gegensatz zu NVIDIA konnten sie sich eben nicht darauf konzentrieren, diese eine Sache wirklich bis zum Ende durchzuziehen, sondern sie haben halt ihre Erfolgsgeschichte geschrieben mit den CPUs, die, wie wir wissen, das hat ja funktioniert. Also das hätte ja damals auch niemand gedacht. Also ich muss dir ehrlich sagen, auch mein Hardware-Rateur, den ich damals gefragt habe, als das losging mit den neuen AMD-Chips, das kam ziemlich überraschend, dass das dann funktioniert. Es hätte auch alles schief gelaufen können. Wir kennen die Geschichten von neuen CPUs, die irgendwie große Versprechen haben und dann irgendein Detail ist da drin, was halt alles zunichte macht und das Ding ist ein großer Flop, dann wäre es das gewesen mit AMD. Also die Wette haben sie in diese Richtung gesetzt, wäre jetzt, das wäre meine Annahme, wieso die nicht so mitspielen konnten dann mit den Großen und mit NVIDIA. Kann ich dir zustimmen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der große Experte für AMD. Sie hatten, sie hatten irgendwann tatsächlich, wir haben auch nie AMD-Prozessoren benutzt, so fairerweise zu sein. Wir haben ein homogenes Server-Infrastrukturumfeld betrieben, das war komplett auf HP gemünzt. Irgendwann später kommen tatsächlich auch die Supermicro-Server dazu, aber die waren alle Intel-gestützt. Also ich würde behaupten, Intel hat bis 2015, 16, 17 einen massiven Anteil an CPUs im privaten und auch im Datacenter-Bereich gehabt, bestimmt über 80%, wenn nicht 90%. Irgendwann ist, wie du schon richtig beschreibst, AMD zurückgekommen, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche mit einer neuen Führung, einem neuen CEO. Und da haben sie sehr viel richtig gemacht. Sie haben die Infrastruktur angepasst, sie haben angefangen mit diesen Chiplets. Das geht jetzt auch im Bereich GPU bei denen, soweit ich das richtig gelesen habe. versuchen sie, die Produktion zu optimieren, indem sie sozusagen nicht einen massiven Chip haben, wie bei Nvidia immer noch der Fall ist, sondern Chiplets aufbauen, mit einem vernünftigen Interconnect verbinden und sozusagen die Leistung damit steigern. Das macht einfach Sinn, weil so ein Wafer, wenn du den aufteilst und der Chip ist riesengroß, inzwischen hast du ja auf so einer A100 hast du ja 54 Billionen, das heißt auf Deutsch Milliarden Transistoren. Das ist ein Riesenklotz sozusagen auch von der Menge. Selbst wenn du die Strukturbreite weiter senkst, wird das für den Produktionsprozess halt aufwendiger. Das heißt, umso weiter du runter gehst, jetzt sind wir glaube ich aktuell bei 4, 5 Nanometer, jedes Jahr sagt man, ja wir sind bald an der Grenze, das sagt man schon seit 20 Jahren. Damals schon bei 10 Nanometer waren wir schon an der Grenze. Und das wird tatsächlich von der Produktion sehr, sehr kostspillig, weil das muss angepasst werden, damit du einmal so eine saubere Charge rausbekommst und umso weniger Ausschuss du hast, desto mehr verdienst du einfach. Das ist es, womit Nvidia de facto Geld macht. Aber tatsächlich gibt es sehr viele andere Unternehmen, die schielen jetzt einfach auf diesem Bereich, wie du schon vorangeklungen hast. Da müsste man tatsächlich auch AMD benennen. Sie haben jetzt gerade mit ein, das nennt sich ROCKM, das ist sozusagen ihre Antwort auf CUDA. Ich weiß nicht, wer in der Werbeabteilung sich den Namen schon wieder ausgedacht hat. Wenn du das durchliest, ist es ja ROCKM, so nach dem Motto. Auf jeden Fall versuchen sie den Code, den man schon geschrieben hat für CUDA, einfach darauf umzusetzen auf den Karten von AMD. Und das soll tatsächlich auch inzwischen funktionieren. Das ist in einer, ich weiß nicht, in welcher Iteration die Software. Da greifen sie sich aktuell tatsächlich in diese Richtung an. Aber das ist einfach, weil jetzt inzwischen jeder gesagt hat, der Kuchen ist so groß, der ist teilweise sogar für Nvidia zu groß. Weil Nvidia, man munkelt, dass die Kapazitäten runterfahren im Gamer-Bereich, damit sie einfach mehr GPUs im Datacenter-Bereich produzieren können. Wie sehr das tatsächlich stimmt, weiß niemand außer tatsächlich die Internas in Nvidia. Aber tatsächlich, man stößt mit den Produktionskapazitäten an den Grenzen. Deswegen baut jetzt auch Intel ja, wie durch die Presse bekannt, verschiedene FAPs in den USA, auch in Deutschland. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass Nvidia schon einen Vorvertrag mit Intel zur Produktion von seinen Chips haben möchte. Auch wegen geopolitischen Gründen, du weißt ja, Taiwan etc. Wenn da die Türen schließen, dann aber hallo. Und da gibt es natürlich auch andere Firmen, die nur darauf abgebildet sind. Also das eine ist Cerebra, heißen die, glaube ich, und die anderen, Sekunde, mein Gedächtnis streikt gerade, Grafana heißen die Firma. Wir hatten sogar mit denen Vorverhandlungen geführt, damit wir ein Pott, wie die Dinger heißen, bekommen, den wir better testen konnten. Die sind preistechnisch tatsächlich etwas attraktiver und liefern sehr, sehr gute Ergebnisse. Und ich glaube, der springende Punkt ist, warum jetzt, wo alle draufziehen, ich glaube nicht, dass in nächster Zeit jemand die Krone von Nvidia hauptstößen wird, stoßen wird. Das glaube ich nicht. Die sind einfach zu tief in dem Markt und beherrschen einfach sehr viel dadurch und haben massive Verkaufszahlen. Also überall werden die aktuell H100, heißen die, Hopper GPUs verkauft. Jetzt haben sie auch noch Hopper Grace rausgebracht. Das ist so eine Mischung zwischen CPU und GPU, womit sie so ein bisschen meiner, meinem Empfinden nach, gegen ihre Religion gehen, dass die GPU das Wichtigste ist. Weil der Faktor ist, es ist ein ARM Core, also geht es eigentlich Richtung CPU. Die sharen beide die Memory, das heißt, dieser Interconnect ist sehr, sehr stark und man kann sehr schnell auf diese Daten zugreifen. Was auch übrigens tatsächlich key ist bei den ganzen Anwendungen. Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Nvidia Melanox irgendwann aufgekauft hat, was ein Experte für diesen Interlink ist. Also sie haben riesige Switches gebaut, also riesig im Sinne von Interconnect und haben tatsächlich es durch den NVLink geschafft, dass die Daten so einfach von Karte zu Karte übertragen werden können. Und das war auch der Grund für sie, diesen Cut zu machen zwischen Consumer-Karten und den professionellen Karten. Und zu sagen, Jungs, es lohnt sich nicht, dass ihr die 1080er oder 2080er, was auch immer, kauft. Sondern ihr mischt schon diese Datencenter-GPUs, die, ob jetzt in einer PC-X-Form existieren, das heißt normale Karten, die du stecken kannst, oder die SGX, das heißt, wie eine CPU praktisch auf ein Board montiert werden. Der Interconnect macht sozusagen die Musik. Ohne das seid ihr viel, viel langsamer, auch wenn ihr zehnmal mehr GPUs habt. Das ist interessant, was du sagst, weil im Consumer-Bereich Nvidia sich davon verabschiedet hat, Karten zu koppeln, wie wir wissen. Da gab es dieses üblicherweise, wenn man mehr Geld ausgeben wollte, dann konnte man zwei Karten kaufen, hatte so eine kleine Brücke, die hieß SLI. Und die hat man da oben rauf gesteckt und die hat diese beiden Karten verbunden. Das funktionierte mal besser und mal schlechter, tendenziell eher schlechter. Weil natürlich, wenn ich einen Bildaufbau habe, natürlich andere Regeln gelten als bei einer Verbindung, die jetzt nur reine Rechenleistung erfordert, wo man halt wahrscheinlich da irgendwie auch nochmal anders agieren kann. Aber das haben sie aufgegeben, das funktioniert nicht mehr. Aber da jetzt ja ihre Karten auch ohnehin schon alleine so viel Strom verbrauchen wie vorher zwei, ist das wahrscheinlich dann eh, also irgendwann geht das dann sowieso alles in Flammen auf. Wobei wir, womit wir bei der Leistung sind, ne? Du sagst, also so ein Ding, das sind, können, die können sechs bis zehn Kilowatt ziehen, ja? Das ist korrekt. Also das ist auch das größte Problem, was ich sehe, ne? Weil das skaliert nicht so einfach. Früher hat man gesagt, ja, ich brauche mehr Rechenpower. Hol dir ein paar Racks, mach die voll mit Server, alles schön und gut. Pass die Kühlung an, sorg dafür, dass das angebunden wird. Und so, wenn du aber jetzt sagst, mach mir mal bitte ein paar Racks mit DGX voll, dann sag ich dir, okay, dann bau mir mal bitte ein Atomkraftwerk daneben und dann können wir mal bitte weiterreden. Natürlich, ich übertreibe jetzt absichtlich, aber wenn ein Server zwischen sechs und zehn Kilowatt verbraucht und du packst vier Stück, dann bist du irgendwo am Ende des Möglichen, was du tatsächlich mit dreiphasigem Strom abbilden kannst. Und nicht jedes Unternehmen hat einfach mal so ein paar Kilowatt Leitung oder im Zehnerbereich Kilowatt Leitung, Anbindung, dass es einfach mal utilisieren kann. Geschweige denn, dass das, was du an Strom reintust, das muss hinten als Abwärme raus. Also unsere Klimaanlagen, wir hatten zwei große Klimaanlagen, die eine hat, beide haben 40 Kilowatt gebracht und das eine war eine Reserveklimaanlage. Als ich sozusagen das Unternehmen verlassen habe, waren wir von früher 18 Grad, sehr wohltemperierte Anzahl an Grad in einem Serverraum, sind wir auf knapp 24 Grad gegangen mit beiden Klimaanlagen laufend. Weil es gar nicht anders geht, weil es halt einfach so viel Abwärme... Absolut richtig, genau. Es ging einfach nicht anders und 25 ist eigentlich zu viel, weiß eigentlich jeder im Serverbereich. Und wir monitoren natürlich die Server 24-7 mit Nagios und was es da alles an Tools gibt. Falls irgendwas passiert, dass du sofort Maßnahmen ergreifen kannst, manuell sozusagen. Ansonsten gibt es natürlich auch Skripte, die die Server dann runterfahren. Jede Komponente ist ja geschützt mit Overheating, Funktionen von der CPU bis GPU etc. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist tatsächlich ein Problem. Und da sehe ich auch in der Zukunft so ein bisschen das Problem, dass jetzt ist ja all eyes on AI. Und jeder sagt, das ist the next big thing. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber wie skaliert man da? Und da gibt es meiner Meinung nach bessere Ansätze. Zum Beispiel ist da Intel zu erwähnen. Sie haben gerade einen neuen Chip. Sie haben eine Firma auch gekauft, Habana. Der Chip heißt, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Gaudi oder Gaudi. Der genau da in diese Richtung abzieht. Und nach ersten Tests von natürlich Intel rangiert die Leistung zwischen der A100 von der Gaudi 2 und der H100, also praktisch die aktuelle Generation Hopper von NVIDIA. Ist aber dafür sehr viel effizienter bei dem Stromverbrauch. Was tatsächlich ein großes Argument ist. Weil viele Hersteller sagen, naja, wenn das jetzt, sage ich mal, ein Drittel oder sogar die Hälfte von einem Verbrauch wäre, dann brauche ich weniger Kühlung. Alle diese sekundären Kosten, die man tragen muss. Aber ich will natürlich NVIDIA auch nicht ungerecht zu denen sein. Die sind hier in dem Markt schon seit 20 Jahren. Ich denke, die denken auch in diese Richtung und schauen in diese Richtung und werden bestimmt demnächst was in dem Bereich produzieren. Aktuell machen sie es aber eher gegenteilig, wie du schon erwähnt hast. Ich wollte gerade sagen, dass sowohl, und zwar sowohl, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, sowohl im Homemarkt als auch bei den Servern. Es geht darum, noch, also einfach mit Leistung werfen, bis es einfach nicht mehr geht. Also das ist gerade die, das ist gerade, wie Sie das machen. Genau, und ich bin da, ich bin tatsächlich da sehr, sehr, ich sehe das sehr kritisch, weil ich denke, das kann nicht skalieren. Das heißt, wir stoßen da irgendwann an Grenzen. Und zwar ist es nicht besonders toll für die Umwelt. Also wir haben, wie, was haben wir, wenn ich mich damals erinnere, geschimpft über die Kryptowelle? Wie sinnlos das ist und wie viel Strom das verbraucht? Und naja, also abstrakt betrachtet ist es nichts anderes. Ob wir Kryptowährungen schürfen auf Grafikkarten oder irgendwelche Modelle trainieren, die Grafikkarten verbrauchen tatsächlich eine enorme Menge an Strom. Und übrigens auch für mich war das ein Umstieg, weil, wie schon gesagt, das klassische Geschäft ist, du hast irgendwo Grenzen von einem Kilowatt bei den Netzteilen. Jetzt baust du mal locker vier Netzteile, zwei oder 2,5 Kilowatt. Hallo? Also wenn da tatsächlich irgendwas funzelt, dann ist aber der Weihnachtsbaum am Brennen im Serverraum. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem für kleine und mittlere Unternehmen, die einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten tatsächlich auch haben, einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine DGX und passt natürlich den gesamten Serverraum noch dazu ein. Was auch teilweise so ein bisschen das Ganze auftrennt. Du sagst, dass auch im Consumer-Bereich sind die Verbräuche sehr hoch, absolut richtig. Also inzwischen haben wir bei den Karten von der 4090, ich glaube, die verbraucht auch jenseits von 500 Watt, wenn du sie ohne Beschränkung betreibst. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist einmal dahingestellt. Aber Nvidia hat das auch extra rausgehauen. Die hat ja fast die doppelte Anzahl von den CUDA-Cores wie die 3090 gehabt. Also man konnte, man wollte einfach nur ein Statement treffen und sagen, guck mal, wir können es und wir können es auch abbilden mit der doppelten Anzahl und mit der Abwärme. Was habe ich damals gelacht, wo es die Memes gab mit so einem Kühlkörper, der über acht Slots geht, wo sich Leute drüber lustig gemacht haben, das kriegst du ja gar nicht mehr untergebracht. Mein Hardware-Kollege bat mich, vor ein paar Monaten eine Montage zu machen von der Nvidia-Karte, die dann halt solche Hochspannungsanschlüsse, also diese 380 Volt, diese Stecker. Diese 12 Zölf-Bin. Genau, die man sonst auf Baustellen findet oder so. Die sollte ich da ran montieren, damit man mal so ein Bild hat, Stromverbrauch, was gerade los ist. Also Alternativen. Du hast es angesprochen, einerseits natürlich zu gucken, wie viel davon können wir mit, ich sage jetzt mal, Hardware machen, die weniger Leistung aufnimmt, was halt so ein bisschen cleverer ist. Wir wissen alle, dass es ja auch bei den CPUs plötzlich geht. Es kann natürlich auch so ein Trend entstehen, dass man einfach die Modelle insofern tunet, dass die Hardware-Anforderungen schlagartig sinken. Also das sieht man bei Stability AI, also hier Stable Diffusion, da hat der CEO auch mehrere Interviews darüber gegeben, da hat so ein bisschen Ausblick geschildert oder versucht zu geben für die nächsten Jahre. Und bei allen Modellen sieht man ja, die sind deswegen so gut und so lauffähig, weil man eine riesige Menge an Daten komprimiert hat und sie als ein Paket zur Verfügung steht zum Download. Und was laden wir jetzt bei Stability Diffusion runter? Ein paar Gigabyte. 6 Gig. Ja, genau. Jetzt ist auch XL rausgekommen, sozusagen das nächste. Genau. Und das ist auch nicht viel größer. Das heißt, theoretisch könntest du das, wenn du das weiter optimierst, auf dein Handy haben und dann könnte dein Handy mit dem passenden Chip oder dein Endgerät, sagen wir, könnte das genauso haben. Wenn der Trend sich weiter fortsetzt, dann wird die Luft ziemlich dünn für Nvidia, weil dann einfach die Nachfrage nach diesen absoluten Ultra-Chips nicht mehr gegeben ist, zumindest in dem breiten Sinne. Also es wird immer in High-Performance-Computing die Nachfrage nach mehr, schneller, etc. geben. Gerade im Forschungsbereich, das betrifft ja Wetterberechnung und Physik und etc., etc. Aber ob sie diese Welle weiterfahren können mit so vielen Kompetitoren auf dem Markt, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Das heißt, es könnte ein bisschen holpriger jetzt, wenn ich eine Prognose, du weißt ja, 99% aller Prognosen sind falsch, aber wenn ich eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, das wird jetzt nicht so bis in aller Unendlichkeit so eine grüne Welle für Nvidia geben. Und zum Beispiel darf man nicht vergessen, die Chinesen schlafen auch nicht. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Huawei, was ja stark sanktioniert ist, und da hat er gesagt, ach, die Jungs sind weg vom Fenster, haben einen neuen Chip rausgebracht, der angeblich mit der A100 mithalten kann. Man weiß nichts Genaues, weil die sich halt eben mit Detail zurückhalten, aber auch ihr Kirin-Prozessor, was ja praktisch ihr Smartphone-Prozessor ist, also das Bandan von Snapdragon, der soll laut ersten Tests tatsächlich auch super performen. Also sie haben es irgendwie geschafft, einen 7 Nanometer oder kleiner, tatsächlich irgendwie irgendwo rauszupressen in China. Und im wissenschaftlichen... Naja, das stimmt nicht ganz. Also ich lese jetzt gerade die News, die du auch angesprochen hast. Ich hatte die auch rausgesucht, das ist wirklich sehr, sehr aktuell. Das gibt eine Firma namens, so ein chinesischer Firmenname, iFlytec mit K hinten, okay, ja, genau. Aber die haben das wohl bei TSMC fertigen lassen. Aber du hast schon recht. Natürlich hat Huawei schon im Mobilbereich mit der Eigenprozessorentwicklung angefangen und hat da auch großes Know-how. Und angeblich sind sie jetzt, also sagen sie selber, sind sie gleichgezogen. Und der Beweis steht noch so ein bisschen aus. Aber dieses Unternehmen iFlytec, die nicht die CPU erstellen, sondern die an einem Sprachmodell arbeiten, die wollen Anfang oder am ersten Halbjahr 2024 wollen sie das zeigen. Und wenn es, und das soll dann halt gegen GPT-4 antreten können, guckt, man wird sich dann zeigen. Aber schon alleine der Punkt, dass sie so weit sind, dass sie anscheinend auf ihren eigenen, auf ihrer eigenen Hardware trainieren können. Weil du hast, was du gerade angesprochen hast, sind ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, ich kann mir mein Modell von Stable Diffusion XL runterladen, sind 6 GB, schmeiße ich hier rauf. Ich habe eine Karte, dann, keine Ahnung, was das da jetzt ist, irgendwie eine 3080 oder irgendwas. Also von den 16 GB, die die hat, werden im Moment 12 genutzt. Also da sind wir weit davon weg, wie es noch vor ein paar Monaten war. Richtig. Also wo bei der Generation, also bei 16 GB schon eigentlich gesagt, ach, das ist aber ganz schön knapp hier bei dir. Da sind wir jetzt bei 12 GB. Das ist aber die Erstellung von Bildern. Und da gebe ich dir natürlich, also da komplett, das ist klar, das wird immer besser werden. Aber es gibt ja den Aspekt Training und da wird man nicht wegkommen von dem, was du gerade gesagt hast, diesen riesen Datacentern und allem. Und solange die Welle so noch rollt, dass viel Training nötig ist, aber auch da ist die Frage, ob das überhaupt so passiert. Es gab ja diese absurden Zahlen von wie vielen Millionen und Abermillionen Dollar es gekostet hat, GPT-4 zu trainieren. Woraufhin auch der Chef des Unternehmens, das GPT-4 hervorbracht hat, eigentlich gesagt hat, es wird kein GPT-5 geben. Es geht jetzt eher darum zu gucken, was können wir mit dem vorhandenen Modell machen, um es besser zu machen, anstatt zu sagen, wir werfen jetzt noch mehr Ressourcen da drauf und geben noch mehr Geld aus, um dann irgendwann am Ende zu sagen, die Verbesserungen sind vielleicht graduell. Also wie du sagst, der Ausblick könnte auch sein, es geht der große Schwenk für die großen Sachen, die jetzt auch, sage ich jetzt mal, immer durch die Nachrichten gehen, könnte der Schwenk auch weggehen von immer mehr Leistung und immer mehr, ja. Was natürlich für die Gamer vielleicht gut ist, weil dann fallen ein paar mehr GPUs hinten runter. Das hat man gehofft, aber das war tatsächlich jetzt eher das Gegenteil. Du wirst ja, wenn du das verfolgt hast, war ja die aktuelle Serie von Nvidia eher enttäuschend. Also da gab es zwar diese tollen Chips, also Nvidia hatte auch versucht, wir können vielleicht kurz über die Darkside von Nvidia reden, das ist ja ein Privatunternehmen und die wollen sehr gerne sehr viel Geld machen. Dazu muss man auch sagen, die Preise für die DGX A100 und die DGX H100, sozusagen der Nachfolge, der Hopper, also aus meiner, ich habe schon gesagt, ich bin da seit zwei Jahren raus aus dem Unternehmen, aber so wie ich das beobachte, sind sie wahnsinnig fast schon verdoppelt. Also man konnte damals mit Edu-Rabatt eine DGX A100 für 160.000 bis 170.000 Euro mit halt seinen Dreijahrvertrag, Wartungsvertrag und sowas, bekommen jetzt dazu locker 350.000 bis 400.000. Und das ist tatsächlich für erstmal wenige Player-Markt möglich. Also ich kenne wenig Unternehmen, die sagen, wir kaufen uns jetzt mal drei, vier davon. Also im Streichenzentrum in Juli, ich kaufe die wie sonst nichts, aber die haben natürlich auch das Standing und das Funding, um das zu machen. So, das ist sehr, sehr schwer, wie du schon sagst, also es sind zwei Aspekte. Wird es so weitergehen, also nach dieser Nachfrage an so viel Hardware-Power, die aktuell dafür aufgebildet wird, weil das ist natürlich unglaublich, wie viel, ich weiß nicht, ich glaube im 100-Millionen-Bereich hat es gekostet, um dieses Modell zu sagen, das ist unvorstellbar als Entwicklungskosten. Und wenn man das, vor allem in dem Bereich IT, also sagen wir jetzt in anderen Bereichen, ist es vielleicht nicht so heftig, aber in diesem Bereich ist es tatsächlich beeindruckend. Und natürlich, niemand kann genau sagen, wie sich denn diese Modelle entwickeln werden. Denn Sprachmodelle hatten wir auch 2012, 2013, die waren einfach nur sehr ungenau. Das heißt, für die Leute in dem Forschungsbereich ist das jetzt keine News in dem Sinn. Die einzige News ist, wow, die sind unglaublich gut geworden. Also wir reden von jeweils höheren Zahlen von 80, 90 Prozent. Aber zum Beispiel kann man sich auch angucken, dass JetGPT ganz furchtbar Matheaufgaben lösen kann und trotzdem sehr selbstsicher einfach ein Ergebnis raushaut. Was aber nur krass daneben ist. Was zu tun hat, ich hatte ein paar Tests ganz am Anfang wahrscheinlich irgendwann gemacht und es war komplett alles erstunden und erlogen, aber sehr überzeugend vorgelegt. Also das muss man ihm lassen. Ja, das ist dieses Halluzinieren, was man dem unterstellt und das er immer gerne macht. Dass er dir einfach irgendwelche Fakten zur Verfügung stellt, wunderbar eben angepasst, weil das das Sprachmodell eben macht. Also passen Worte hintereinander rein. Das ist ja die Leistung des Sprachmodells. Und fairerweise muss man sagen, es ist nicht dafür gedacht, Matheaufgaben zu lösen. Das ist einfach, dafür ist es nicht gebaut. Also das wäre vielleicht ein bisschen unfair, das vorzuwerfen. Aber niemand weiß, wie es tatsächlich weitergeht. Ich habe ein Paper gelesen, wo die Berechnung von Primzahlen mit dem älteren Modell 3,5 sehr viel besser war und jetzt komplett eingesackt ist auf 95% auf 2, 3%. Und die Wissenschaftler, die das Paper geschrieben haben, sagen, ja, wir haben keine Ahnung, warum das der Fall ist. Ob sozusagen die Daten verwässert wurden, einfach durch diese Anreichung, das zusätzliche Training oder ob wir tatsächlich eine Wall getroffen haben, eine unsichtbare und das einfach noch nicht wissen, was diese Entwicklung angeht. Wir können, also wie du schon gesagt hast, keinen validen Ausblick geben, aber wir haben versucht, so ein bisschen darauf hinzuweisen. Wir haben auch versucht, so ein bisschen die Geschichte aufzurollen. Ich bin gespannt, wenn wir uns in wahrscheinlich spätestens einem Jahr hier nochmal zusammensetzen, was dann der Ausblick sein wird, was wir sagen können, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass Nvidias CEO demnächst zum Präkariat zu zählen ist. Das wird nicht passieren. Auch wenn jetzt diese Welle stoppen würde, ist meine Annahme, die werden schon Möglichkeiten finden, dann halt eben nicht mehr mit 800% Wachstum. Wie du gerade gesagt hast, ich denke, das ist auch gut. Im Consumer-Markt hat sich gezeigt, dass Druck von den Leuten, die das Zeug benutzen, auch Auswirkungen haben kann. Das ist im wissenschaftlichen Bereich und auch da, wo jetzt die Wirtschaft mit dieser Hardware arbeiten muss, wahrscheinlich einfach noch nicht der Fall. Deswegen können die verlangen, was sie wollen. Es gibt da nicht diesen Druck, aber man weiß es nicht. Es reicht ein Blick von irgendeiner Aufsichtsbehörde, die sagt, Freunde, wie kann es eigentlich sein, dass ihr die Einzigen seid? Und dann gibt es plötzlich doch eine Konkurrenz. Oder aus China passieren Dinge, die man so nicht vorhersehen konnte. Intel kommt aus dem Moonstop. Alles Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Dimitar. Ich hoffe, wir treffen uns wieder vielleicht gar nicht mal zu Grafikkarten. Mal gucken, was uns als nächstes Thema einfällt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und ha, letzte Frage. Was hast du in deinem, hast du Gaming, spielst du ab und zu? Ich habe früher viel gespielt, habe es irgendwann sein gelassen. So seit vier, fünf Jahren. Was war die letzte Karte, die du gekauft hast? Team Green oder Team Red? Die letzte Karte ist tatsächlich Nvidia gewesen. Das ist eine 3090 Ti. Aber die habe ich aber tatsächlich gekauft für Machine Learning, also für Deep Learning. Also einfach damit rumzuspielen. Ich habe auch alle Spielzeuge, die du zu Hause dir vorstellen kannst, in dem Bereich. Aber das hängt einfach nur an einem 24 GB RAM. Also wenn ein anderer Hersteller das hätte, hätte ich, also ich hätte Intel gerne gekauft. Die haben für einen günstigen Preis eine Art, glaube ich, 770 mit 16 GB. Aber da hängt es noch mit der Software. Aber ich zocke nicht mehr. Früher habe ich sehr viel und sehr gern gezockt. Aber jetzt, ja, irgendwann ist Schluss. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe natürlich gar keine Grafikkarten gekauft, weil ich ja irgendwie im Golem-Büro immer irgendwelchen Kram dann da habe. Und ich glaube, meine aktuelle ist auch eine 4080. Oder was habe ich gesagt? Irgendwie sowas. Die wird halt auch null zum Spielen genutzt, sondern tatsächlich nur auch zum Arbeiten. Wobei bei mir hinzu noch kommt Blender und halt Rendering von irgendwelchen Sachen. Aber ja, so ändern sich die Zeiten. Aber wenn wir wollten, könnten wir mit diesen Karten fantastisch spielen. Absolut. Vielen, vielen Dank nochmal und dann bis bald, Dimitar. Bis bald.